Hauptberuflich bin ich Chauffeur und Geschäftsführer eines Limousinunternehmens. Aber ihr kennt mich von wo ganz anders her. Ich sag nur LOL von und mit Michael Bulliherwig. Mein Name ist Martin Sieber. Ich lebe täglich nach dem Motto, ich finde immer einen Grund zum Lachen. Und darum ist mein Weihnachtsbaum-Anhänger für diese Aktion auch ein echter Lacher. Aber mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit und eine sehr große Ehre, bei dieser Aktion Pate für Artists for Kids sein zu dürfen. Ich freue mich, eine Einrichtung unterstützen zu dürfen, die schnell, flexibel und unbürokratisch Kindern, Jugendlichen und Familien unter die Arme greift. Das ist genau so, wie ich es mag. Schlicht und einfach auf einem kurzen Dienstweg. Jugendliche, die beispielsweise mit Mobbing und sozialen Ängsten zu kämpfen haben, brauchen Wertschätzung. Sie brauchen Perspektiven und Ziele. Ich finde es so genial, dass es dort ein Schulprojekt gibt, bei dem Jugendliche den Schulabschluss nachholen können. Und der ist quasi garantiert. Die Erfolgsquote liegt bei rund 100%. Die Jugendlichen fahren unter anderem auf Lernfreizeiten ins Allgäu. Dort starten sie schöne gemeinsame Aktionen wie gemeinsames Kochen, Theateraufführungen und Ausflüge in die Natur. Liebe Freunde, spenden Sie, spenden Sie einfach, was Sie möchten und können. Artists for Kids und ich würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz zu meiner Nachbarin. Was können die an dem Baum gehängt haben? Ah, sie ist ein Bayerisch-Sterndl, die kann vielleicht ein Wiesenherzl zurückhängt haben. Na, ihr seht es aber gleich. Also, ich bitte um Eure Unterstützung. Bleibt gesund und frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 2022. Euer Martin Und jetzt schaue ich mal ganz kurz zu meiner Nachbarin.